Musik 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 Das macht man erst. Hallo, ich bin die Guckisillawa. Grüß euch, ich bin der Gerold Frischmann, ich bin der Georg Eichner, Hallo, ich bin die Susi Bergthold. Servus zusammen, ich bin der Martin Krämer und die Kohlbüffmille Wartens wünscht allen Wartnerinnen und Wartnern ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und Prosit 2015! Hallo, ich bin die Gucki Silava, die Leiterin von die Kolping Frauen 2 und wir seien heute da, um euch zu Weihnachten ein schönes Fest zu wünschen. So, hier ist der Schöpf, jetzt ist der Kumpel, na komm schon ein bisschen da. Ich weiß doch nicht, nein, ich würde sagen, wir singen, keine Ahnung, Kling, Glöckchen, Klingeling, Klingeling und dann sag ich, Schöne, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Er nimmt schon lange auf, er hat das alles zusammen. Das kommt ins Outdeck dann. Ja, 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 wir kommen bei die Hoppula, wir kommen bei die Hoppula, ich habe erwartet es nicht raus. Wir hatten einen Hausversteller fürs Zuhörer. Allen Wartnerinnen und Wartner, schöne, besinnliche Weihnachten und ein Prosit 2014! 15! Ah, 15, wir sind ja schon bei 15. Jetzt war es doch gut, da war es doch. Ach, Scheiße, ja. Und jetzt? Jetzt? Was fressen schwule Pferde? Was? Hi! Super, das geht weiter auf die Steinwand, dann haben wir das Wunder. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal.